zack zurück zu guatemeli 2 und wir müssen mit dem gut hier weiter abgeben also müssen weiter mit 100 geben und sind immer noch im gefängnis beziehungsweise beim ausbruch von gefängnissen hier drüben sind ja 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 gar nicht so leicht aber jetzt kommt und ohne eine Oh, das war's. Okay. Da. Okay, das war's. So, kann man hier durchrollen, Hengi? Wie soll ich denn durchkommen? Durchrollen durch die Witze? Ja, okay. Gut zu wissen. Oh, Mist. Aber man kann sich durchrollen, das ist gut zu wissen. Na, jetzt ist es nächstes. Oh. Okay. okay shit so leicht aber nicht so schwer so weiter um eine zuerst aber kurz aus ok 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 nein ja 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 und oh rhodana Die kann aber auch was aushalten, die kleine Henne, oder? Los. Kicken wir die Augen aus. Oh nein. Oha. Okay, jetzt gibt es noch einen Kampf hier. Oh, quick. Oh, okay. Oh, quick. 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 Okay. Oh, man. Oh, man. So. Blödes Viecher. Oh, schon schnell. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh. Okay Oh nein Geil, ich komme richtig weit Geil, ich komme richtig weit Oh Okay, also Wird's richtig wissen, aber guck mal wie viele Ähm Bin ja, dass ich gleich bekomme Oh I'm right down I'm right down Alles eingesammelt Was du auch nicht punkte, können wir nachher ordentlich Upgrades kaufen Oh nein Nicht aufgepasst Und du? Es gibt immer noch ein Wachtürmer zwischen uns oder Freiheit Für jemanden wie dich sollte das erleichtert sein Finde mich, wenn du das nächste Mal in Schwierigkeiten steckst Ja? Du hast mir ein Gefallen getan Gag, vergiss kein Gefallen Ja Hasta la vista, Kumpel Okay Okay Oh nein Oh nein Oh an der Himmel Die schwarzen Wolken, sie werden schlimmer Ich meine Deiner Familie geht's bestimmt gut Schlimmer als in dieser Zeit Hier kann es gar nicht sein Komm schon, vamos Guck die Karte Wir müssen in die Richtung Also von daher Achso, wir müssen ja rüber So Tiger Overcut Achso So einer ist das Was mache ich denn da? Nee Hey, wieso komme ich... Wie komme ich noch hoch? Okay, machen wir so Zündchen Geht einfacher Oh, was mache ich denn da? Kann man auch anders regeln Warte mal Es muss eigentlich funktionieren Achja, jetzt bin ich auch wieder voll im ganzen Clan Da Das war ganz clever Ja Ja, drüben fahren auch rüber Können wir nur tun? Ah, tun rüber oder was? Ja Ja Können wir nur tun rüber, okay Nein Nein Woh Okay, warte Okay, warte Spotiness Ero Das war ganz besser Ent towels Es war ganz besser Okay woanders Tneck Er hat esbereich Wieso spring ich aber dagegen? Ich mach doch hier den Ding gerade aufbringen. Okay, warte nochmal. Gibt's doch gar nicht. So, ich probier's doch einmal, ich will einmal da rüber. Ey, schmeckt immer nach oben. Also, lassen wir das jetzt. Also langsam wird fließen, lächerlich. Du dumme Dreck da oben. Ey, seh mal. Seh mal wieder. Ich krieg gleich einen Anfall hier. Mach's anders. So. Gehen wir hier weiter längs. Die rechte Seite interessiert uns nicht. Hä? Wie soll denn das Huhn da oben längs sliden? Ja, gar nicht. Okay, keine Ahnung, wo wir längs müssen. Also. So, was kriegen wir jetzt? Für einen Move? Ich bin gespannt. Juchon, ich bin hier, um dir den Headbutt zu leeren. Hey, du, kann ich dir helfen? Nein, ich leere nur gerade den Headbutt. Das hier ist Wandlauf. Oh je, ich bin schon wieder am falschen Ort. Ja, du musst dich zurück walken, um am Quantenrissfluss links abbiegen. No, ich verstehe. Ich bin gerade dabei vorbei. Habe ins Turgentis genommen. Naja, ne, das war zu weit. Okay, danke. Wo waren wir? Ach ja, wenn du Menschenstelle an der Wand hängst, drücken, um nach oben zu laufen. Jetzt machen wir das. Lass mal. Siegenanstieg. World Run. Testen wir nochmal. Okay. Also nicht schlecht. Okay, wie weit können wir nach oben laufen? Diese Frage. Bis hier oben auf jeden Fall. Oh. Okay. Okay. Ich bin hier oben auf jeden Fall. Oh. 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 Bäm, Leute. Hehe. Kommt überall hin. Hi, da geht es nicht runter. Okay, da geht es nicht runter. Okay. 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 Bäm, du dummes. Okay. So. Achso, jetzt kommt der... Ah, ist die Abkürzung, okay. Eieiei, das war was Glück gerade. Okay, dann müssen wir den Doppelmove machen... Doppelmove... Doppelmove machen. Und dann müssen wir den Doppelmove machen. Beichern? Kämpfen! Ne, okay. Was macht er jetzt? Der Klee, oder? ab und ab 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 auf ab 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 Du blöde Dreckser! Das gibt's doch gar nicht. Das war zu wenig. Nein, 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 nein! Okay, aber wer jetzt weiß, was ich machen soll, versuchen wir noch einmal und dann Schluss. Nochmal probier's nicht. Das war's für mich. Ich habe die Anarchment-Gun. Da ist King-Man. Bam! Oh Mist! Ah, jetzt hat ich wieder ein Schutzschild. Okay. Die Finger auch noch jetzt. So. Heieiei, du. Da muss man langsam hier aus dem Gefängnis rauskommen. Außerwählte, wir glauben und ich. Wir gestatten dir die Benutzung unserer goldenen Toilette. Falls du noch einmal zurück zu uns gehören willst. Ja, den machen wir. Okay, wo geht's hin? Eieiei. Ich hoffe, ich komme auch wieder zurück. Da ist ein ganz schön langer Weg. Bin ich wieder im Inneren wahrscheinlich. Doch, die ist falsch in Polo Lujador. Okay. Jetzt wollen wir eigentlich gar nicht hier zurück. Was wollen wir denn hier? Wollen wir denn hier? Wollen wir wieder zurück? Gut. Wollen wir wieder zurück? Wollen wir wieder zurück? Den ganzen Weg? Okay. So, aus dem Gefängnis sind wir raus Und jetzt geht's wieder zur nächsten Sache Aber das machen wir erst beim nächsten Mal Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss Bis zum nächsten Mal